Oh, das ist gestört. Das ist richtig gut. So, jetzt geht's los. Hier zurück im Reaction-Viva-Viva-Fluss Metal World mit einem neuen Gast hier neben mir. Die Julia ist hier. Und wir gönnen uns heute mal eine pure Ladung hier Metalcore. Ein bisschen einfach zum Runterkommen hier in Chaos. Kennst du die Band? Ja. Ich auch nicht. Keine Ahnung, was es sein soll. Habe jetzt mal einfach mal, einfach aus Ehrenmanngründen hier mal ein Like gegeben. Und schauen wir einfach mal rein. Schauen wir einfach rein, was los ist. Abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Hier gibt es nämlich mehrmals wirklich geile Metal-Videos. Und jetzt im Reaction-Viva-Fever hier. Jeden Tag. Ist das japanisch oder so? Das geht schon, geil. Wer gefällt eigentlich so japanische Musik? Bist du da so Baby-Metal zum Beispiel auch oder so? Kennst du das? Ja, kenne ich auch, aber eher nicht so. Das ist immer ein wenig zu... Weißt es nicht. Ja. Ist nicht meins. Aber es ist so, es bräkt die Format ein wenig, weil es für Metal ist in Englisch. Oder einfach so. Ja, schauen wir mal. Vielleicht... Hey. Mal gucken, wo da ist es. Es dürfte ein Warrick-Video sein. Oh, die Taugen ist. Endlich mal Metal-Chor mitgetan soll. Endlich. Oh, das ist viel zu zenten hier. Hey, irgendwie... Jetzt ist es Englisch. Oh. Okay, jetzt hat es mich. Jetzt hat es mich. Ja. Das ist so eine mega chillige Stimme jetzt rüber. Und ich glaube, ich habe gerade ganz leicht noch einen Scream gehört. Ich glaube, jetzt geht es los. Ja. Das ist richtig gut. Das ist ein Bängel. Boah. Das ist ein Bängel. Ich bin auf jeden Fall so mega in dem Song drin. Ich habe gerade voll vergessen, irgendwas zu sagen. Mir ist ein Reaction-Video. Stimmt. Hey. Boah. Ich finde es richtig stark. Also, es ist musikalisch. Also, mit dem Riffing von Gitarre, Drums. Puh. Und die Stimme hat. Geil. Von den Effekten her ist es ein bisschen viel. Finst? Ja. Okay. Manche stehen. Aber sonst finde ich es voll geil. Mit den Effekten. Ich finde es richtig stark. Ja, mit den Kamerawinkeln und so. Ja. Ja. In Chaos. Fangen wir. Ich bin jetzt gespannt. Ist es die Bridge? Kommt da jetzt noch ein Breakdown? Keine Ahnung. Ist es aus? Das war so geil. Das Ende. Alter, die Ohren stöpseln dann so bei in den Ohren. Gott sei Dank müssen das normalerweise nur Gäste tragen, aber hier passen die nicht. Aber auf jeden Fall scheiße. Huh. Mega. Oh mein Gott. Boah. Du ist es. Wieder mal einen richtig geilen Song durch den Reaction-Fieber-Fieber hier. Fakes. Kennengelernt. Entdeckt. Ah, richtig gut. Das ist ein geiler Song. Das ist ein geiler Song. Auf jeden Fall. Ja, kommst du mich neig? 2021? Ja, hab ich auch gegessen. Ja. Wie fandet ihr denn? Schreibt es mir gerne in den Kommentar rein. Wir sind, glaube ich, wir haben es, glaube ich, ausreichend geschildert im Reaction-Video drinnen hier. Für erst ein bisschen, inge-wiss. Ähm, geil. Huh. Ja. Der kommt jetzt in der Playlist. Ich packe, habe schon mein Handy und werde jetzt gleich mal hier den Song reinpacken, weil er ist richtig geil. Wir sehen uns dann. Ich weiß nicht, das ist dein Handy. Ich komme rein. Wir sehen uns dann hoffentlich gleich morgen wieder hier im Reaction-Video-Fieber-Fieber auf Fulls Metal World. Bis dahin schauen. Stay heavy.